Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Nach langen Verhandlungen, Kabinett bringt Bundeshaushalt auf den Weg. Nach intensiven und langwierigen Verhandlungen hat das Kabinett endlich den Bundeshaushalt beschlossen. Dies markiert einen signifikanten Wendepunkt in der deutschen Politik nach Monaten der Unsicherheit und intensiven Diskussionen. Es ist ein Kompromiss, der sowohl die Interessen der verschiedenen Regierungsparteien als auch die Forderungen der Öffentlichkeit berücksichtigt. Der Weg zur Einigung Die Verhandlungen über den Bundeshaushalt waren von zahlreichen Meinungsverschiedenheiten geprägt. Ein zentraler Streitpunkt war die Mittelaufteilung zwischen den verschiedenen Ressorts. Besonders die Ministerien für Bildung und Forschung sowie für Umwelt und Klima hatten sich mehr finanzielle Ressourcen erhofft. Finanzminister Max Mustermann hatte einen Spagat zu bewältigen. Einerseits sollte der Haushalt finanzpolitisch solide bleiben, andererseits mussten die drängenden Probleme und Zukunftsfragen des Landes adäquat berücksichtigt werden. Im Vorfeld war vor allem die Frage der Finanzierung von sozialen Projekten heiß umstritten. Viele Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen hatten verstärkt auf eine Aufstockung von Sozialbudgets gedrängt. Diesem Druck konnte die Regierung nur bedingt nachgeben. Stattdessen versuchte man mit zielgerichteten Investitionen in nachhaltige Projekte zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut einen Kompromiss zu finden. Die wesentlichen Beschlüsse im verabschiedeten Haushaltsplan umfassen wichtige Neuerungen und Anpassungen. Im Bereich Bildung und Forschung wurde das Budget trotz vieler Forderungen nur moderat erhöht, wobei der Schwerpunkt auf Digitalisierung und der Förderung von Start-ups liegt. Im Bereich Umwelt und Klima wird ein signifikanter Anteil des Budgets in nachhaltige Energieprojekte und den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge investiert, um die CO2-Emissionsziele zu erreichen. Soziale Projekte – Es wurde beschlossen, die Mittel für soziale Hilfsprojekte moderat zu erhöhen. Besonderer Schwerpunkt liegt auf Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderbetreuung und Unterstützung für Alleinerziehende. Verteidigung – Es wurde ein erhöhtes Budget für die Modernisierung und Digitalisierung der Bundeswehr beschlossen. Auch Umweltschutzorganisationen hätten sich ambitioniertere Ziele und entsprechende Mittel gewünscht. Finanzexperten äußerten sich hingegen überwiegend positiv und lobten die finanzpolitische Solidität des Haushaltsplans. Sie betonten, dass trotz der vielen Forderungen und dringenden Projekte ein finanzpolitisch pragmatischer Weg eingeschlagen wurde. In den kommenden Wochen wird der Haushaltsplan final im Bundestag diskutiert und zur Abstimmung gebracht. Es bleibt abzuwarten, ob sich mögliche Änderungen durchsetzen werden und wie die langfristige Finanzierung der einzelnen Projekte sichergestellt werden kann. Die erfolgreiche Einigung auf den Bundeshaushalt sendet ein wichtiges politisches Signal der Stabilität und Handlungsfähigkeit der Regierung. Besonders angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, ist dies ein entscheidender Schritt. Quellen, Bundesregierung, Kunde, Tagesschau bis D, Autor Anita Farke, Mittwoch 17, Juli 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.